Das ist das Gehirn, also rechte Hirnhälfte, linke Hirnhälfte, hier ist noch alles soweit in Ordnung und hier sehen wir eben, das können Sie auch erkennen, diesen Tumor. Also man muss sagen, dass es eben kein gutartiger Tumor ist, dass es eben ein Glioblastom ist wahrscheinlich, also das was wir, also das Glioblastom bezeichnen, also diese bösartige Form eines Hirntumors. Also so zu dem Bild, das haben Sie verstanden, ja, so im Grunde, was da jetzt los ist. Ja, das ist also der Befund, Entschuldigung, ich muss mal hier gucken. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020